Haben wir eigentlich noch ein... Ich hab bestimmt noch ein Engine irgendwo. Ja, hier ist doch noch... Jetzt chill doch mal! Es ist doch noch nicht repariert. Also bist du noch gar nicht so weit, oder wie? Ja, wir haben keinen Engine. Ich hab keinen Engine mehr, ruhig. Aber ich kann ihn mit dem Big Jerrican tanken, wenn ihr wollt. Soll ich ihn tanken? Komm schon nach, komm schon nach. Leute, Leute! Leute, soll ich ihn tanken? Ja, tankt mal, sonst komm ich denn voran, ey. Ja, du krieg dich doch ins Glüh, Alter! Ey, Alter! Jetzt kommt der Russe aus ihm raus, jetzt würde ich aufpassen. Das ist lustig. Warte, ich geb dir deinen fetten Tank, äh, Refuel-Ding wieder in deinem Auto. Oh, ich hol dich deine Engine! Bin gleich wieder da. Achtung! Fahr nicht gegen mein Auto, fahr nicht gegen mein Auto. Ich komm gleich mit der Engine, okay? Ich geh dir mal Reforcing, hau ich dir mal ran, Stefan. Wirst du auch an dein Auto ran haben, oder nicht? Was, wie? Reforcing. Reforcing? Mama 1, mal. Wirst du... Wirst du... Wirst ein Windshield, wirst ein Front, wirst du für deine Scheiben, wirst du für deine Reifen? Ähm, wenn dann für, äh, für die Reifen. Machen wir's für die Reifen. Wird hoffentlich nicht ganz beschissen aus. Das sieht scheiße aus. Und? Was? Fett getuned, Junge! Junge, ja, ja. Buch. Die Reifen trifft keiner mehr, sag ich dir. Das ist... Das ist krass. Die sind zwei Millimeter im Boot, Junge. Tiefer gelegt. Okay, ähm... Ja, der URZ ist richtig Arsch. Den können wir demnächst reparieren, haben wir noch ein. Ich bräuchte eine Glasscheibe. Eine, das war's. Äh, für... Dann ist mein Auto komplett repariert. Ich habe, der URZ von den alten URZ und die Stadt rauskommen. Kann nichts rausnehmen. Hab schon geschaut. Das ist ein Glas bei 81%. Das ist wahrscheinlich das Frontglas, ja. Kann ich ehrlich sagen. Hey, haben wir, äh, äh... Scrap Metal, äh... Doch, Scrap Metal. Scrap Metal haben wir schon her. Ja, eins an mehr genommen. Also, der braucht mehr, oder wie? Insgesamt kannst du vier Stück hier dran verbauen. Nee, 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 ich mein, äh... Engine. Und einen Reifen. Nicht die Engine, die Stahl, also die kleinen Einzelteile, also für die Umhüllung. Ach so, Scrap Metal. Ja, haben wir schon verbaut. Ja, haben wir schon verbaut. Ich hab doch gesagt, Scrap Metal. Hä, was hast du gesagt? Ich hab Scrap Metal gesagt. Ja, ja, keine Ahnung. Wenn ich Forcing mal treibt, dann hast du halt doch, dass du willst. Für Forcing, ja. Genau, it's sad. Wenn ich Forcing braucht dann noch drei, Scrap Metal haben wir schon verbaut. Nee, nee, hab ich alles da. Also, Fuel Tank und... Okay. Wir brauchen nur... Wir brauchen nur einen Reifen und eine Engine. Ja. Die Engine schaut echt gefährlich aus. Und der Reifen ist bei 13%, mit dem kommst du an in den Reifen. Hey, ich hab doch so viel... Hey, Leute, das war eine Planänderung. Mein Herz ist gerade auf 180. Warum? Weil ich hab den Gunner geklaut. Da kommt er hergeflogen. Nein, ich hab den Gunner geklaut. Äh, so ein Gunner-Auto, der mich davor umgebracht hat, wie wir angefangen sind. Und damit kommst du jetzt zu uns. Ja, ich hör's, Alter, ey. Ich hab's vorher bei dem Auto stehen lassen, da war eh nix mehr drin. Doch, da war der Tanker nicht so drin. Da schießt jemand. Echt? Michael... Killed bei... American... Using... TT... Von Distanz und 19. Ich würde erzählen... Wir haben ein Auto rausgeschossen! Juhu... So. Stefan. Fahr mal los. Was? Nein, können wir ja nicht. Wir müssen doch... Was hier jetzt Sachen holen müssen. Deswegen. Wir stecken jetzt das Auto und dann halten wir hier die Stellung. Wo ist er überhaupt, Dirk, gewesen? Der war da gleich hinten. Die Schützen sind da gleich um die Ecke geflogen. Alter, was... Lass das Auto stehen! Ja. What the fuck... What the fuck... What the fuck... Scheiß auf... M20... Scheiß auf... Ja, aber einer muss seinen Boss geholt. TT ist der neue Shit, die Scheißpistole. Was ist los? Einer muss einen Basti holen. Warte mal, warte... Es ist ja noch... Ich brauche nicht dran. Etanorsk? Okay, wir fahren weiter nach Etanorsk. Okay, warte... Ich geh... Wir kommen zwar mit deinem Auto nicht weit, Stefan, aber das wird schon. What the fucking hell ist der los? Was? Nein, ich bleib hier. Wir fahren nach Etanorsk. Warte, was wollen wir nach Etanorsk? Wir fahren weiter. Ich bin näher bei Ortenposition als Beilo. Es geht. Wo ist... Ich habe ja nicht mal eine Map, oder? Doch, habe ich. Wo sind wir überhaupt? Oh Scheiße, ich brauche unbedingt einen neuen Reifel. Wo ist Sabina? Da. Und... Wo ist Etanorsk? Und wir sind jetzt irgendwo bei Novibor kurz davor, nicht wahr? Das heißt, wir müssen durch Solibor durch und dann links weg. Wo ist Etanorsk? Okay, folge mir. Alter... Warum ist da hinten Staub? Alter, ohne Scheiße, Bratze, Ekelhaft, Engbots, Duser, what the fuck? Alter, ohne Scheiße. Ich brauche unbedingt einen Reifen, der zieht voll. Folgen Sie bitte dem Konvoi, Stefan. Wir müssen nur Gas geben. Okay, der Sound ist jetzt immer noch ein bisschen laut vom Auto. Ich habe ihn noch nicht runter gedreht. Ich hoffe, dass ihr soweit alles hören könnt. Mit einer TT aus dem Autoraschschoss. Wie leck ist das laut. Ja, was denn, wenn du dich jetzt aufregst, kann man dich wenigstens in meinem Video hören. Das ist gut. So, das müsste ein Novibor sein. Langsamer. Das ist noch ein URZ. Warte, das ist weiß. Au. Du bist so, Alter, bremst du einfach 100 URZ. Ja, du bist Arschloch. Ja. Sind wir behindert oder so? Ja, guck mal her. Oh, alles okay. Wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir ist alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles gut. Mit, ne? Bistoll. Können wir nichts rausbauen. Ich sammle den URZ jetzt. Warte mal. Wir brauchen unbedingt einen Reifen. Den kann man fahren. Das Ding kann man fahren, das wir hier haben. Bin dann nun schon wieder von Null. Auf geht's. Was? Wir fahren weiter. Den weißen hol ich mir später. Okay, auf geht's. Hörst du vor oder was? Ja, ich glaube, ich weiß, wo es hingeht. Okay. 80. Wie schnell fahre ich? 120. Ja, das ist das schöne an der Zombie-Apokalypse. Keine Blitze. Ja, aber weißt du, wenn nicht so viel Müll auf der Straße liegen wird, das wäre wesentlich angenehmer. Hier ist doch manchmal die Mission nicht, was Stefan? Hier müssen wir aufpassen. Was ist da? Manchmal ist doch hier eine Mission hinter der Brücke gewesen. Oh ja. Wir müssen jetzt dann längs... Irgendwo links dann? Nein, nein. Nicht da. Nein, nein, nein. Nicht da. Oh, das ruckelt ein bisschen. Boah. Da vielleicht? Nein, da ist... Da da. Da vielleicht, ja. Ja, da da. Warte mal. Oh, kaputt. Jetzt müssen wir bloß mal schnell schauen... Ist das die Straße? Nein, nein. Warte mal. Warte, wir können... Doch. Ist das die? Oh, ja. Okay. Da ist ein... Äh... Ein Turm. Oh nein. Scheiße, da sind Züge. Was? Da sind Züge. Aber ich glaube, da kommen wir ein bisschen bei, oder? Ja, da kannst du in der Mitte durchfahren. Aber das ist nicht der richtige Weg mit den Zügen, Stefan. Das ist der... Nach Italien raus geht's anders. Ja, ist 400 Meter von mir entfernt. Ja, mein Punkt setzt. Wuhuuu. Okay. Ja. Warte mal. Escape. Gut. So. Also durch die Züge durch, oder was, Stefan? Ja, durch die Züge durch, ja. Okay, dann warte mal ganz, ganz einfach auf mich. Was, wo bist du? Äh... Supermarkt. Okay. Äh... Lukas, du bist ein bisschen größer bei deinem Kreisel, oder? Ich bin gleich bei deinem Kreisel, ja. Ja. Du warst einfach gerade durch. Also... Gerade durch? Darf man links? Ja, nein. Einfach gerade... Also die zweite Ausfahrung. Achso, das geht ja gar nicht nach links. Gerade durch! Klar! Meine Fresse war das knapp, ey. Ich sag's ja, ey. Ich bin so schlecht im Auto fahren, das ist ja Wahnsinn. Wir sind die schlechte gepatcht worden. Ein Downbreak. Also damals kam mir das vielleicht nicht so schwer vor. Ja. Hier sind Industriegebäude, da vorne fährt der Stefan. Stefan, ich schau mal in die Industriegebäude. Ich höre euch. Ja. Steine. Das hört echt cool aus, das Auto. Leck mich im Arsch. Ich kann nicht einsteigen. Oh! Ich kann nicht einsteigen. Wie du kannst nicht einsteigen? Ah, du kannst nicht einsteigen. Ja, meine Verbindung ist schlecht. Das ist ein Einkörer. Lass mich kurz über dich zu beklettern. Gehen wir zu Lukas, das ist das Gebäude, oder? Rechts. Da drin ist nichts mehr. Nur öde Shit. Okay. Kommen wir zurück nach Sabine, oder? Wieso? Das sind böse Leute, die einen töten mit einem Schuss aus dem Auto. Mit einer TT. Ja, weiß ich nicht. Wir suchen uns eine neue Heimat. Eine neue Heimat. Wo wir unsere Häuser hin klatschen können. Ja, schon. DayZ Origins heißt Heimat bauen. Ich darf mir ja nur meist DayZ spielen. Ich habe eine Toolbox. Wer braucht eine Toolbox? Ich brauche eine Toolbox. Ich habe schon eine Toolbox. Hast du eine Toolbox? Ich habe eine gefunden. Ja, gerade eben. Supermarkt. Ja, weißt du. Ich laufe hier einmal in eine Industriegebäude rein und finde Toolbox. Und beim anderen in Sabina laufe ich zigtausend Mal da umeinander. Wo seid ihr denn? Ich bin gerade bei deinem Auto, habe ich gerade gepackt. Okay. Ich habe den anderen Reifen repariert. Wie ihr nicht mal Angst kriegt, da läuft einfach jemand von draußen rein. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich kann mich mehr verbinden. Ich habe keine Bandage. Ich habe eine Bandage. Ich habe mal den Zuppen von mir fern. Check Puls. Was haben sie denn? So. Stecken wir erst mal mit dem Finger ins Ohr und gucken mal, ob wir fieberen. Ich würde sagen, wir gehen erst mal hier zum Krankenhaus, oder? Weil ich war jetzt mal einmal ein Zeug verloren. Alter, ich bin doch unmächtig. Okay, der Puls ist gut, sagt, ne? Wenn du jetzt mit dem Auto über ihn drüber fährst, dann... Oh, eine Toolbox. Okay. Ja, die Poolbox ist da drin. Die Poolbox? Morphium. Interessant, was du im Kofferraum hast. Was habe ich drin? Rucksack. Was ist so los? Wir schauen auf den Rucksack. Guck mal, ich habe einen Zuppen mitgebracht. Jetzt mal weglaufen. Lauf, Stefan. Lauf, Stefan. Ich brauche ihn, bleib weg. Wir fahren jetzt auch zum Industrial... äh, zum Krankenhaus. Echt? Fahren wir? Ja. Oder? Okay. Lass uns noch schnell in die andere Lager alle reingucken. Ach so, da ist immer noch die Toolbox drin. Will die keiner haben? Doch, doch. Ich kann da. Warte, warte. Fangen die Container gerade weg da. Müll, Müll, Müll. Oder das. Auf sehs, Mädels. da kommt ein auto da ist ein auto vorbei gefahren mit dem gunner hinten drauf da ist ein spieler da ist ein spieler sind schon unterwegs sind das zombies oder spieler direkt vor uns da ist ein zombies der ist dahinter gefahren sollen wir hinfahren hier wenn ihr heute was war was du hast du Waffen Spasti nein aber ich geh zum zum supermarkt hol mir ne waffe wir fahren zum supermarkt komm hol uns da was was wie hast du das jetzt einfach wir gehen immer zum supermarkt mit dem waffen ich fahr jetzt davon es ist ein supermarkt wer ist ein supermarkt ich bin beim supermarkt ja draußen ich bin noch im auto gewesen wer schießt das war da schießt auf mich wirst du den supermarkt rein nein aber da ist ein typ mit einer klatze ist er auf der straße im supermarkt dass jemand im supermarkt oder was die hätte ich keine munition mehr okay er ist tot er ist tot er ist tot der hat ein helles pack ja das ist ja keine bandagen ich habe keine bandagen stefan hast du eine bandagen komm mal rein weil noch einer wer hat mich geschossen eigentlich was mit einer glatze und noch eine der mit geschossen ach so mit dem mit der glatze habe ich umgelegt ich habe meine ich gebe dir dafür lehren für munition ich kann ich nicht verbinden da ich habe sie uns in den dinge legt im rucksack ich kann nichts dazu ja dann hau mir doch die bandage in den rucksack ich will immer mehr blut und da draußen läuft wer rum ich glaube schon aber überlegt der basti und er legt im hinterhof und ich habe jetzt einmal seinen rucksack du kannst ich brauchen platz weg ich habe eins im rucksack okay lass uns mal da machen wo nicht so viel zum ich will es mal gucken ob der was hat position im supermarkt oder ja wir sind beim supermarkt ne beim supermarkt oder im supermarkt oh shit oh ich bin ich bin hero ich will eigentlich also ich lauf grad hinten rum ich bin hero ich lauf grad bei deiner leiche und bei seiner leiche rum ja dann noch irgendwo einer lukas 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 was was das ist mir überhaupt nicht ein blatt weg ich mich die dritten wahrscheinlich sonst noch okay Prozent ich habe noch ein paar leeren für mann jetzt hier nämlich wird auch pro pro karl ich kann nur so es gibt immer wieder ein oder auch das kann mehr okay wir das sind und draußen sind weiter sind so für so nichts ist man alle wechseln ich bin nicht ok leiche und er liegt da hinten im hof aber ist ganz viel zombies wie im supermarkt sind keine zombies hier bei mir sind doch die hat das prinzip ja jetzt durch hier ja komm was brauchst du mit dem blatt weg was denn ich muss mir das geben ich war seit lange nicht mehr im krankenhaus haben wir noch genügend zeit nein es wird knapp stefan lass mal ein bisschen weg snacken lass mal schießen gehst du mal weil ich hab gekommen okay halt still ja das gehört es war ein känguru hat stiftet stückwärts warte mal bewegte ich meine ich das viele entführt sie jetzt im rucksack also warte warte brauchst du auch ein blatt weg ja wäre nicht schlecht wo hast du das ganze zeug her ich hab's ja gesammelt ach so was hat der typ gehabt basti in dem hof wie nix anfangs scheiße ich hab doch durchgeguckt das ist die welt bunt voll gut ich lass mal hinten raus und dann ein bisschen da gucken warte mal hier ist noch ein Lernfilm-Magazin warte wo bist du ich kann nie genug haben und ich geb's dir brauche ein schoolbag und bitteschön das ist so wie vier fünf fünf Stück so gut aber das ist so wichtig aber ich würde sagen ist wir haben ja mal ab nur ganz gern sehen was er so geschießt da ich guck mal testen lang hier trinke das so da können pepsi oh sie gar nicht hör der hat ne tt basti wie sieht's eigentlich mit deiner Leiche aus hab ich auch gelootet warte mal das ist nicht die Munition für meine alter verpissen wir uns echt mal was was pack ich denn da für eine Munition in der in der Remington 870er rein ähm 1.084er irgendwie Shotgun Muni oder sowas ist nur Dinge gut ähm Industriell oder äh halt Feuerwache und sowas wo fahrend hin? ich fahr mit meinem ich fahr mit meinem ey wo ist das Auto hin? Leute wo ist denn dein Auto gerade weggefahren? scheiße ich basti ich hab dein Auto nicht angefasst ich hab dein Auto nicht angefasst das glaube ich kein scheiße der ist gerade weggefahren damit irgendwer halt jetzt ohne scheiß ich will ein Auto nein bleib mal lieber hier basti du bist es wirklich nicht oder was? ne ich bin es wirklich nicht kreise ich bin bitte zu dem Ding dran ja dann hol ich mal schnell dein Auto zurück nein nein Spaß 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 ich bin's gewesen aber ich bin nur was sonst ich höre ich nicht mein Auto mein Auto ist echt laut was hast du gesagt Stefan? ja das ist jetzt zu beweis dass wir dich vermissen müssen ich bringe den Kerl um der dein Auto geklaut hat ich bringe den Kerl auch um so wo seids hier? ich bin gerade auf der Verfolgungsjagd von dem Typen der dein Auto geklaut hat ne der ist nicht mehr da natürlich ich bin ihm doch gefolgt ich hab ihn gleich dann lege ich ihn um wo ist das? wo bist du denn da? oh Lukas ja mal hinzu für deinen Shotgun echt? wo? in meinem Inventar und wo ist das Inventar? ativo who saved sie auf gP tags Vielen Dank.